Also wir wollten schon länger eine Ausstellung mit Medienkunst machen, die ein Spezifikum, also nicht nur von elektronischen, sondern auch durchaus älteren oder allgemein von Medien aufgreift, nämlich dass jedes Medium, also soweit man zurückdenken kann, eigentlich immer einen bestimmten Bezug auf etwas Abwesendes, etwas Jenseitiges, wenn man so will, einen Draht in eine andere Welt darstellt. Also Hauntings klingt natürlich auch ein wenig okkult, soll sich aber nicht auf so etwas Okkultes beschränken oder reduzieren lassen, sondern es geht dann eben darum, vielleicht so etwas wie diese Spuren des Abwesenden in anwesenden Medien nochmal sichtbar zu machen und da auch zu zeigen, welche Formen von Vergangenheitsbezügen in vielen dieser Arbeiten eingelagert sind und welche Relevanz oder welche Brisanz diese Bezüge auch hinsichtlich von Problemstellungen in der zeitgenössischen Kunst oder auch in ästhetischen Fragen der Musik haben können. Musik Musik Musik